Herzlich willkommen zu einer weiteren Skin-Gameplay-Folge mit mir gleich... Ja, Spear Ranger haben wir hier gefunden. Ist nur ein kurzes Gameplay, aber wenigstens haben wir was. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, lass uns doch einfach mal laufen. Ja, hier ist er. Leider in der Sturmzone, snipend. Und dann gehen wir da mal direkt in die Sicht rein von dem. Also es würde mir im Leben nicht einfallen, mich da hinzustellen, aber gut. Da kommt er nicht so. 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 Geht es euch aus. Kem��자! Na hier gehts richtig zur Sache gerade und dann ist er auch schon wieder tot. Ja und jetzt steht er da so und steht da so und steht da so und wird jetzt nochmal schön zerstört. Juchu. Geiles Gameplay oder? Hammer oder? Wahnsinn. Sensationell oder? Jetzt gucken wir mal, jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder dastehen und dann ja. Aber immerhin haben wir ihn schon mal auf der Map jetzt gesehen. In einen einzigen Kampf ist er reingegangen, danach hat er ja nichts mehr gemacht. So sieht das Teil auf jeden Fall aus. Schon ziemlich cool. Ja, wenn es euch wenigstens trotzdem irgendwo ein bisschen unterhalten hat, dann lasst mal einen Daumen da rum, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays mit mir, dem dann gehen wir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Vielen Dank.